Wir sprechen diesen Mordanschlag mit Rob Sabelberg, er ist niederländischer Journalist und der Deutschland-Korrespondent von The Telegraph. Ich grüße Sie ganz herzlich, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, guten Morgen, guten Tag. Herr Sabelberg, welche aktuellen Ermittlungserkenntnisse gibt es denn, die auch publik sind, die ein wenig vielleicht die Hintergründe erläutern können, dessen, was da gestern Abend passiert ist? Also was wir wissen, sehr aktuell ist ein 35-jähriger polnischer Mann, der in Holland wohnhaft war, wurde festgenommen und ein 18-jähriger Rotterdamer. Das sind wahrscheinlich, so denkt die Polizei, die Leute, die den Mordanschlag ausgeführt haben. Aber die Hintermänner, die sitzen wohl schon auch hinter Gittern. Das geht um das Drogenkartell, um Ridouan Tadji, weil Peter R. de Vries, der Reporter-Legende, der gestern Abend eben in den Kopf geschossen wurde, nachdem er das Fernsehstudio verlassen hatte, der war eben für den Kronzeugen tätig. Beim Kronzeugen sind auch schon der Bruder des Kronzeugen und der Anwalt des Kronzeugen liquidiert, sowie viele, viele andere Menschen, die sich diesen Ridouan Tadji, den El Capone von der Nordsee, kann man wohl sagen, im Weg stellen. Was genau macht denn de Vries für diesen Großkriminellen so gefährlich? Also Peter R. de Vries ist ein unnachgiebiger Sucher nach der Wahrheit. Er möchte immer wissen, was eigentlich los ist. Also er hat den Heineken-Entführer, also der Biermagnat Freddy Heineken, aufgespürt in Paraguay. Er ist seit 40 Jahren im Geschäft. Er hat die Sendung XY in Holland, also das Pendant in den Niederlanden, hat er präsentiert. Er hat eine unglaubliche Karriere vom Suchen nach der Wahrheit, hat er hinter sich. Und er hat sich jetzt quasi eingeschleust, muss man wohl sagen, als Reporter, als Laie in das Anwaltsteam von dem Kronzeugen. Also er ist da ein neuer, wie muss man sagen, ein Vertrauensperson und kann, weil er eben jetzt angestellt ist beim Anwaltsteam, kann er auch die Doshets lesen. Also er kennt die Hintergründe und Hintergründe, Informationsvorsprung, das war immer das Geschäftsmodell auch von Peter R. de Vries. Und das ist ihm möglicherweise zum Verhängnis geworden. Für den Prozess, für den weiteren Verlauf des Prozesses, könnte das jetzt was bedeuten, dieser Mordversuch? Ja, sicher, weil der Mord, also nicht nur der Mordversuch jetzt an Peter R. de Vries, sondern der große Marengo-Komplex, wobei also ganz viele Menschen umgelegt wurden, liquidiert auch Unschuldige, also nicht nur Kriminelle, sondern auch Unschuldige, ein Anwalt eben, ein Bruder des Kronzeugen. Und wir hoffen, dass Peter R. de Vries, dass er überlebt, weil er ein nationaler Held ist, so hat auch der Ministerpräsident Rutte gesagt. Also wir werden sehen, wie das ausgeht. Aber möglicherweise sogar, wenn die Kriminelle hinter Gittern sind, wenn sie im Gefängnis sind, wie dieser Ridouan Tadji, den Drahtzieher, mutmaßlich, also sogar aus dem Gefängnis heraus geht diese Tötungsserie weiter. Und das erschüttert die Niederlande. Wir sind wirklich, ja, schwer durcheinander, also der König hat in Berlin sogar reagiert und es ist ein Anschlag auf die Demokratie, hat man gesagt. Wieso kriegen die niederländischen Behörden das Problem dieser organisierten Kriminalität, vor allen Dingen im Hinblick auf den Drogenhandel, nicht in den Griff? Gute Frage. Ich denke, dass es daran liegt, dass die Geschäftsinteresse des Drogenhandels so groß sind, also es geht um fast 50 Milliarden Euro Umsatz jedes Jahr in den Niederlanden. Vieles davon geht auch nach Deutschland. Also da haben wir seit vielen Jahrzehnten Probleme damit, aber das Geld spielt eine wesentliche Rolle. Es gibt immer mehr Leute, die bereit sind, Gewalt auszuüben. Es ist sehr günstig, um an Waffen zu kommen, an schweren Waffen, an Kriegswaffen auch. Und die werden eben auch eingesetzt. Also die Hemmschwelle ist gesunken. Also ein Tatverdächtiger jetzt in diesem Mordversuch ist eben auch 18 Jahre alt. Das zeigt schon, dass Leute, die gerade noch, die junge Erwachsenen sogar zu Mordversuchen auch in der Lage sind. Herr Saverberg, besten Dank für all diese Hintergrundinformationen. Gerne. Gerne. K. 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 Untertitelung des ZDF, 2020